Wir fangen aber als allererstes natürlich mit etwas an, womit wir immer anfangen, wenn es da ist. Und zwar das neue Video von unsympathia.tv. Man kennt ihn. Memes, die in die Olga reingehen. Ja gut, da kann man nochmal rein in die Olga. Heute ist wieder so weit. Heute hat mir Luca mal wieder eure Clips zukommen lassen. Das heißt, wir drehen heute. Versuche nicht zu lachen. Heute wird es ganz übel. Versuche nicht zu lachen. Okay Leute, versuche nicht zu lachen. Ich trinke jetzt vorher was. Okay, versuche nicht zu lachen. Gar kein Problem. Die Regeln von Versuche nicht zu lachen sind eigentlich ganz klar. Ich schaue mir eure Clips an. Ich darf währenddessen nicht lachen. Und dasselbe gilt auch für euch daheim. Ich habe heute. Was? So lachen nur reiche Menschen. Deswegen lache ich gar nicht. Ich habe heute richtig beschissene Laune. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir direkt an mit den ersten Clips. Let's go. There's your boy. There's your boy. Your boy. Yes. What did I say? What did I say? I say wild shit in my videos all the time, bro. What did I say? What did I say? Did I say something crazy? Wait a minute. What? Was this a picture taken back in the day? Is that Sasha when he had hair? Oh shit. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh Gott. Da habe ich so ins Herz getroffen. Oh, der Junge. Oh Gott. Auch den Kopf. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Einfach nur. Ich muss kurz aus dem Bild und kurz meine Tränen abwischen. Macht mal FN Chat. Oh Gott. Der Junge. Oh. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh. Oh nein. Oh. Der arme Junge. Er ist einfach tot. Wirklich. Also der ist. Der. Sein Leben. Oh nein. Verwirkt. Der arme Bruder. Oh nein. Boah. Das hat so unfassbar gesessen. Bruder. So gute Clips. Und dann wieder dieser Gesang. Nichts gegen den Ehrenbruder Lazzo. Aber was soll daran witzig sein? Digga. Vielen Dank für die Komplimente. Abo Grüße gehen nochmal raus. An James Bray. Übrigens habe ich das Gefühl, dass James mehr von meinen Videos versteht als Knossi. Und bitte nochmal ein kleines F für einen gefallenen Bruder. Püsse. Oh nein. Haftor Bjornsons Tag beginnt pünktlich morgens um 6.30 Uhr. Boah. Da bin ich schon mal raus. Das erste, was er nach dem Aufwachen sieht, ist seine Frau Kelsey Hand. Da bin ich wieder drin. Alles Gute Max, mein Bray. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Danke Mehmet. Mein Bray. Oh nein. Danke Mehmet. Mein Bray. Trimix einfach wirklich. Wie nennt man das? Prototyp Allmann, alter. Prototyp Allmann. Ist ein Bray nochmal ne Steigerung von nem Bro oder nem Bra? Oh Gott. Oh Gott. Warum bist du so fucking ugly, Bro? Okay. Digga. Ey, ganz kurz. Ich feier diesen Typen so hart schon in den letzten Episoden war das eines meiner Highlights. Do you hear me? Yep. I do. What's up? You're not. You're hotter. Some. Oh shit. Oh Gott. Da krieg ich auch wieder, da krieg ich auch so die Cringe-Gänsehaut. Wie er einfach zu so einer random fremden Mädel, angeblich Mädel, sagt, you're hot. Digga. Kann man nicht irgendwie nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen? Gini. Rein in der Olga. Ich hoffe, dass sie mir da in Zukunft noch weitere Clips einsendet. Ich muss kurz zur Sicherheit, weil ich weiß, Sascha hat schon, Sascha ist für einen meiner Strikes verantwortlich gewesen. Ganz kurz, nur falls er sich verletzt. Ganz kurz, ich muss kurz pre-watchen. Ja, ich sag's so wie es ist, diesen Clip schaut ihr euch besser bei Sascha an. Das ist nichts Schlimmes, aber es könnte falsch interpretiert werden. Den könnte ich besser angucken. Me introducing my girlfriend to my dad. Oh mein Gott. Wie stolz er ist. Wie stolz er ist. Wie stolz er ist. Komm, ich hab wirklich eine Freundin. Komm, schnell gucken, wirklich. Oh mein Gott, ich weiß noch das Gefühl, Alter. Ich weiß noch das Gefühl, das erste Mal nach Hause kommen zu tun, als hätte man eine Freundin. Digga. Einfach sich zu Hause fühlen wie ein richtiger, richtiger Boy, Alter. It's your Boy. Ach, Luca, komm. My dad. Oh, jetzt kommt der Vater so richtig stolz und hergelaufen. Nee, das ist wirklich. Du beginnst am Bahnhof heute Jenny. Parallel dazu bin ich in Planung mit Benji. Junge, er macht einfach Benji-Ewald-Feature, Alter. Chill ab, die sowieso die besten. Wie bitte? Bruder, ich hab mit allem gerechnet. Außer mit Benji-Ewald, dem Ehrenbruder. Benji 385i. Ich wünsche dir das Allerbeste. Wait a second. Oh nein, nicht Antonia. Das sind Magnete. Das sind Mentors. Magnete gehen an Mentors? Oh mein Gott. Antonia. Antonia, bist du denn wirklich so blöd? Oh mein Gott, Alter. Sorry, aber ich werde gleich, Antonia, wenn wir Among Us spielen, direkt mal darüber flamen, Alter. Mentors sind magnetisch? Oh mein Gott. Das ist einfach Trimex inweiblich. Digga. Digga, das kannst du nicht ausdenken. Junge, ist das dein Ernst? Lucan, ich check's auch nicht. Oh mein Gott, Junge. Lucan, okay, für alle Leute im Chat, die IQ Antonia sind. Ist euch schon mal aufgefallen, dass außen ein Magnet ist und innen ein Magnet ist und der Mentors einfach an den Magnet innen dran geklebt wurde? Das sind zwei Magnete, innen und außen. Digga, wie kann man denn so los... Also, sorry, Leute. Wer hat in Brandenburg noch sein Abitur gemacht? Einzelne Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ey, wir haben so richtige... Wir haben so... Oh mein Gott. Wir haben so richtige Pfeifets im Chat. Hä, check's auch nicht? Hä? Hä? Ich auch nicht? Oh mein Gott, Leute. Ey, ist das euer Ernst? Oh mein Gott. Dieser Chat. Check es auch nach deiner Erklärung nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin umgeben von Vollidioten. Ich bin umgeben von Vollidioten. Ah! Chat! Chat! Was ist mit euch? Chat! Das sind einfach zwei Magnete, die würden sich abstoßen. Das auf Mentors ist einfach Metall. Domsi, du weißt schon, dass es Plus- und Minus-Pol-Magnete gibt. Ich bin los, Alter. Sorry. Sorry, Alter. Jetzt muss ich einfach nur los. Aber wie bleibt der Mentors am Magnet? Digger! Wart ihr nie im Kindergarten? Habt ihr nie Fingertipps gesehen? Kennt ihr das hier? Kennt ihr das hier? Habt ihr schon mal das hier gesehen? Uhu. Habt ihr schon mal sowas gesehen, Alter? Habt ihr schon mal sowas gesehen? Kennt ihr sowas? Nennt man Kleber einfach? Oh mein Gott, Leute. Ihr könntet einfach in der Folge von Sascha sein. Und ihr denkt, ich muss da rein. Weil ich sage, ein Tiger wiegt eine Tonne. Weil ich sage, ein Tiger wiegt eine Tonne. Weil ich sage, ein Tiger wiegt eine Tonne. Sorry, aber Leute. Ihr seid... Ihr müsst... Der ganze Chat kann zu Sascha ins Video, Alter. My shit is f***ing... Uhu ist kein Tier. Uhu ist ein Kleber. Hard, though. I promise you, though. Ich habe eine Frage an euch. Wohin geht es nach Bikini Bottom? Geht es dort lang? Dort lang? Dort lang oder dort lang? Äh, dort lang. Der Typ, Alter. Heftigste Konter, eh, ihr wisst. Was? Jeder, der daheim auch gerade nur seine Mundwinkel nach oben ange... Hä? Hab ich... ...gewinkelt hat? Soll ich... ...habe ich meinen Mundwinkel... ...habe ich meinen Mundwinkel... ...habe ich meinen Mundwinkel ange... ...gewinkelt? Das wirst du jetzt mal kurz überprüfen. Hm, na, hat man nichts gesehen. Ah, also... Ich brauche heute nicht beten. Ich brauche heute nicht beten, okay? Gut, haben wir das schon mal geklärt? Boah, unangenehmes Geräusch. Was soll daran lustig sein? Welcher Mensch sitzt zu Hause und denkt sich bei dem Clip... Oh, mega funny, gerade übel mir ein Abgelachen. Das ist einfach... Das ist einfach eine richtige Minusaktion, Bro. Das gibt eine Anzeige. Ähm... Ähm, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, ja gut, die Titanic, äh, die überspringen wir auch mal. Hat Joko Michael das Mutliff noch gewandt? Tag im gleichen Jahr und zum gleichen Zeitpunkt zur Welt gebracht. Sind aber keine Zwillinge oder was? Zählt, Kuss geht raus. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Oh, ich habe so Angst, dass das Kind jetzt auf den Boden fällt. Meine Güte! Äh, da ist einfach nur ein Skateboard weitergefahren. Ist nichts passiert, Leute. Macht euch keine Sorgen, ist nichts passiert. Nichts passiert. Also, ich... Also, da habe ich nichts mehr zu tun. Und so mache ich vor. Küsse gehen raus. Schaut rein. Äh... Küsse gehen raus.